Die Herstellung einer Tapisserie erfolgt in drei Schritten. Zunächst muss es natürlich eine Idee geben, was dargestellt ist oder dargestellt werden soll. Und dann gibt es einen Künstler, der einen Entwurf anfertigt. Der Entwurf, wenn er fertiggestellt ist, der normalerweise mehrere Phasen auch durchläuft, wird dann in eine original große Vorlage für die Tapisserie überführt, die wir auch als Karton bezeichnen. Und die ist ganz wichtig, weil jetzt das, was im Entwurf vielleicht nicht ganz so eindeutig ausgearbeitet ist, in ganz klare Konturen, ganz klare Linien überführt wird, die für denjenigen, der die Tapisserie letztlich herstellen muss im textilen Medium, den sogenannten Wirker als Arbeitsgrundlage dient. Bevor er mit seiner Arbeit beginnen kann, muss aber zunächst noch der Webstuhl, der Wirkstuhl vorbereitet werden. Das ist ein teilweise kraftaufwendiger Prozess. Es werden zunächst mal Kettfäden, einfarbige Fäden gespannt. Der Prozess des Spannens braucht große Kraft und war nicht immer sehr ungefährlich. Und das alles muss gemacht werden, bevor der Wirker dann mit seiner Arbeit beginnen kann. Das Entscheidende bei der Tapisserie ist eigentlich, dass die Fäden, die gespannt werden im Webstuhl, letztlich in der Tapisserie gar nicht zu sehen sind. Denn das eigentliche Bild wird nur mit farbigen Fäden erzeugt, die der Wirker zwischen diese gespannten Kettfäden hineinführt, im rechten Winkel zu den Fäden. Er verkreuzt die Schussfäden mit den Kettfäden. Und ganz wesentlich ist es dann auch, die Kettfäden ganz dicht anzuschlagen. So nennen wir das. Der Wirker benutzt einen Kamm, um die Schussfäden ganz dicht zusammenzupressen. Und dadurch entsteht dann erst das eigentliche feste Gewebe, das man dann schließlich Tapisserie nennt. Die farbigen Fäden werden immer dort eingeführt, wo sie entsprechend dem Muster benötigt werden. Was der Wirker macht, um sich seine Arbeit ein bisschen zu erleichtern. Er kann, wenn er an einem sogenannten Flachwebstuhl arbeitet, den Karton in schmale Streifen schneiden, die seiner Arbeitsfläche entsprechen. Und er kann durch die Kettfäden hindurch schauen auf den Karton, um zu sehen, wie der Entwurf aussieht. Er kann aber auch, wenn es die Arbeit für ihn erleichtert, in Kohle einzelne markante Punkte oder ganze Umrisslinien auf die Kettfäden draufmalen. Das geht deshalb, weil die Kettfäden eben so stramm gespannt sind. Die Materialien, aus denen die Tapisserien hergestellt werden, explizit die Schussfäden, sind normalerweise Wolle, Seide- und Edelmetallfäden. Wobei wir bei den Edelmetallfäden Gold- und Silberfäden haben, aber natürlich kein reines Gold, sondern um der Struktur der Tapisserie auch nachzugeben, werden normalerweise Seidenfäden verwendet, die dann umsponnen sind mit dünnen Gold- oder Silberfolien. Je mehr Edelmetallfäden verwendet werden in den Tapisserien, desto schwerer werden sie auch. Was insofern schwierig ist als Tapisserien, auch wenn man es nicht glauben möchte, aufgrund ihrer unglaublichen Größe, möchte man ja vermuten, dass sie wahnsinnig stabil sind. Aber eigentlich sind Tapisserien unglaublich fragile Textilien. Und je höher ihr Gewicht ist, das über Edelmetallfäden natürlich maßgeblich zunimmt, desto fragiler werden sie im Prinzip auch. Desto kostbarer sind sie aber auch. Habitalli